hallo liebe tanzfreunde die gute nachricht ab montag den 20 4 hat unser tanzjob für sie wieder ganz normal geöffnet allerdings sehen wir dementsprechend aus ohne friseur aber wir hoffen mal dass ab 4. mai ist für alle wieder richtig losgehen kann und bis dahin alles gute und auf wiedersehen